Willkommen zurück und auch mal sehen, was als nächstes passiert. Hochzeitsschmaus und Henkersmahlzeit Sagt man nicht, wie gut ein Koch wirklich ist, das erkennt man erst am Dessert? fragte der Schrecksenmeister. Und wartet man bei einem Menü nicht eigentlich die ganze Zeit nur auf den Nachtisch? Echo und Itzanuela nickten eifrig, wie sie eigentlich alles abnickten, was Icepin in der letzten Zeit gesagt hatte. Nachdem die Schrecksen wieder bei Sinn war, geleitete der Schrecksenmeister die beiden unter schmeichelhaften Komplimenten in die Küche des Schlosses, deckte den Tisch und machte sich daran, den Backofen zu beheizen. Deshalb möchte ich zur Feier des Tages ein Menü kreieren, welches komplett aus Desserts besteht, eine Sinfonie aus lauter finalen Höhepunkten, eine süße Sünde nach der anderen, das Beste vorneweg, mittendrin und hinterher. Seid ihr, meine Blume und mein Ehrengast Echo, damit einverstanden? Itzanuela saß stocksteif am Kopfende der Tafel, Echo hockte auf der Tischplatte, seinem Stammplatz. Beide beobachteten fasziniert die Umtriebe des Schrecksenmeisters, der wie ausgewechselt erschien. Eispin benahm sich mit der größten Selbstverständlichkeit, wie ein Ehemann, der schon seit vielen Jahren verheiratet, aber in seine Frau noch immer genauso verschossen war wie am ersten Tag. Er ließ keine Gelegenheit aus, der Schrecksen Komplimente zu machen oder ihr flammende Blicke zuzusenden. »Ich dachte, du isst nur Käse«, zischte Itzanuela, zischte Echo Itzanuela zu, als Eispin aus der Küche geeilt war, um Zutaten aus der Vorratskammer zu holen. »Ihm zuliebe würde ich den Teller samt Besteck essen«, flüsterte die Schrecksen. »Und die Tischdecke obendrein, jetzt geh mir bloß nicht auf die Nerven!« »Dass er in dich verknallt ist, ist kein Grund, deine Prinzipien zu vernachlässigen. Lass die Zügel nicht zu locker, er soll dir aus der Hand fressen, nicht umgekehrt!« »Ist das nicht irre?« fragte die Schrecks und klatschte in die Hände. »Der Trank wirkt noch viel besser, als ich gedacht habe.« »Denk bitte daran, dass wir ein Ziel haben«, erinnerte Echo, »und dass es noch nicht erreicht ist.« Eispin kehrte zurück, die Arme voll beladen mit Körben voller Mehl, Zucker, Butter, Eier, Vanilleschoten, Schokolade und Früchten. »Ich will alles frisch zubereiten, meine teuerste, deshalb bitte ich um etwas Geduld«, rief er. »Gestattet mir, euch mit einer süßen Geschichte die Zeit zu verkürzen, während ich als Sklave am Herd schufte. Sie handelt vom besten Konditor Zermoniens.« Izanuela und Echo nickten wieder eifrig. »Eine süße Geschichte.« »Eine süße Geschichte von einem Konditor«, dachte Echo, »der Alter hat sich wirklich komplett gedreht.« Ihm hatte er immer nur Geschichten von Bluttrinkern, Irrenmassenmördern, schneeweißen Witwinnen und würgendem Wein erzählt. Der Schrecksenmeister schlug in einer großen Schüssel Eischnee. »Gut, dazu muss man wissen, dass dieser Konditor zunächst ein ziemlich saurer Geselle war. Er verachtete alle Arten von Süßigkeiten, er hasste Kuchen und Pudding, er verabscheute Parfaits und Plätzchen, Desserts waren ihm ein Gräuel und süße Sahne, fand er zum Fürchten. Er liebte saure Gurken und Rollmöpse, Stinkkäse und Salzheringe, den Rogen von Fischen und Sauerkraut aus dem Sauerwald, eingelegt in sauer Rahm.« »Na, immerhin beginnt die Geschichte mit einer sauren Note«, dachte Echo, »das passt schon besser zu ihm.« »Aber am allerliebsten aß er eigentlich gar nichts«, fuhr Eispin fort, »er war lang und dürr wie ein Strich.« »Kommt mir bekannt vor, der Kerl«, dachte Echo. »Die Geschichte spielt übrigens, wie ich zu erwähnen vergaß, in Eisenstadt«, sagte Eispin, während er mit einem Rasiermesser eine Aprikose in hauchdünne Scheiben aufschnitt, durch die man ein Buch hätte lesen können. »In Eisenstadt?«, fragte Echo verdutzt. »Ja«, sagte Eispin, »stimmt etwas nicht mit Eisenstadt?« »Ja«, mischten sich die Schreckse ein, »was stimmt denn nicht damit?« »Gar nichts«, rief Echo hastig, »erzähl weiter.« »Nun, Eisenstadt ist bekanntlich die hässlichste und schmutzigste, gefährlichste und unbeliebteste Metropole von ganz Zermonien, eine Stadt, die komplett aus Metall besteht, aus rostigem Eisen und schwerem Blei, aus angelaufenem Kupfer und Messing, aus Schrauben und Muttern, aus Maschinen und Fabriken.« »Seltsam«, dachte Echo, »das sind genau die Worte, die ich damals für meine Beschreibung von Eisenstadt benutzt habe.« Der Schrecksenmeister dünstete in einer gusseisernen Pfanne grüne Tomaten, zusammen mit Rosinen, Orangenschale, braunem Zucker und Sherry-Essig. Ja, man sagt, »dass die ganze Stadt eine einzige riesige Maschine ist«, fuhr er fort, die sich sehr, sehr langsam auf ein noch unbekanntes Ziel zubewegt. Der größte Teil der metallverarbeitenden Industrie des Kontinents ist dort ansässig, und selbst die Produkte, die sie hervorbringt, sind hässlich. Waffen und Stacheldraht, Würgeeisen und kupfernde Jungfrauen, Käfige und Handschellen, Rüstungen und Richtschwerter. Wer dort wohnt, haust zumeist in Blechhütten, die vom Ätzenden Regen, der beinahe unablässig fällt, zerfressen und vom Kohlenstaub geschwärzt sind. Die, die es sich leisten können, die Bleibarone und Goldgrafen, Waffenhändler und Kanonenfabrikanten wohnen in stählernen Festungen, immer in Furcht vor ihrer darbenden und unzufriedenen Untertanenschaft und Arbeitern. Eisenstadt, eine Stadt durchflossen von Bächen aus Säure und Öl, die ewig überdacht ist von einer Kuppel aus Ruß und Gewitterwolken, in der unablässig die Blitze zucken und der Donner rumpelt. Ein ewiges Stampfen und Zischen, das Quietschen von rostigen Angeln und das Klirren von Ketten erföhnen seine russige Luft. Viele ihrer Bewohner sind selbst Maschinen, eine üble Stadt, vielleicht die übelste von ganz Zermonien. »Das sind Silbe für Silbe meine Worte«, dachte Echo verwundert. Es war erstaunlich, wie gut er sich das eingeprägt hatte. Worauf wollte Eispin hinaus? Nun, eines Tages begegnete unser saurer Geselle inmitten dieser hässlichen Stadt dem schönsten Mädchen, das er je gesehen hatte. »Ah, eine Liebesgeschichte«, rief Izanuela und klatschte in die Hände. »Auch das kommt mir bekannt vor«, dachte Echo, sagte aber nichts. »Stellt euch einfach das schönste Mädchen vor, das ihr euch vorstellen könnt«, empfahl der Schrecksmeister. »Sie war nämlich so schön, dass es angesichts meiner beschränkten erzählerischen Begabung überhaupt keinen Sinn ergeben würde, auch nur zu versuchen, ihre Schönheit in Worte zu fassen. Ich jedenfalls wäre damit völlig überfordert und lasse es daher unerwähnt, ob sie blond, brünett, rot oder schwarzhaarig war.« »Er erzählt eine andere Geschichte mit meinen Worten«, grübelte Echo. »Was soll das?« »Oder ob diese Haare gelockt, lang, kurz, kraus oder seidenglatt waren«, fuhr Eispin fort. »Ich enthalte mich auch der gebräuchlichen Vergleiche ihrer Haut mit Milch, Samt, Seide, Pfirsich, Honig oder Elfenbein, stattdessen überlasse ich es ganz eurer Fantasie, an diese leere Stelle das Bild eures Ideals von weiblicher Schönheit zu setzen. An Izanuelas verschleiertem Blick und ihrem blödsinnigen Grinsen glaubte Echo zu erkennen, dass sie ihr eigenes Spiegelbild an die Stelle des schönen Mädchens gesetzt hatte. Meine Geschichte muss einen viel größeren Eindruck bei ihm hinterlassen haben, als ich dachte«, überlegte er, »wenn er sie sich derart eingeprägt hat.« Eispin servierte nun mit Grazie seinen ersten Gang. Es war ein warmer Salat aus hauchdünn aufgeschnittenen Aprikosen mit einer Konfitüre aus grünen Tomaten, gekrönt von vanillegeschwängertem Eischnee, der eine bemerkenswerte Festigkeit besaß. Er warf Izanuela einen feurigen Blick zu, der das Eis in den kalten Kavernen von Untenwelt zum Schmelzen hätte bringen können, und fuhr dann mit seiner Geschichte fort. Nun war bekannt, dass diese Schönheit nicht nur das schönste Geschöpf von Eisenstadt, sondern auch völlig verrückt nach Süßigkeiten war. Sie liebte Bonbons und Pralines, Schokolade und Marzipan, Nougat und türkischen Honig. Sie war versessen auf Törtchen und süßen Schmand, Kaiserschmarren und Limonentat. Der saure junge Mann verfluchte sein Schicksal. »Ich arbeite in der Essigfabrik, wo ich den Rahmen von den Gurkenbottichen abschöpfe. Wie kann einer wie ich das Herz eines so süßen Mädchens erobern?« »Na endlich«, dachte Echo erleichtert, »jetzt hat er die Kurve gekriegt, er benutzt seine eigenen Worte.« Der Schrecksmeister schälte eine Birne, während vor ihm in einem Topf gezuckerte Maronen in Sahne schmorten. »Also, also, diese Tomatenkonfitüre ist ein Gedicht«, flötete die Schreckse, »und der Vanilleschaum, regelrecht bissfest, wie macht man sowas?« »Vielen Dank, meine Blume«, antwortete Eispin mit einem Lächeln, »man muss ihn nur recht streng schlagen, aber das ist lediglich ein Appetithäppchen, um deine zauberhafte Zunge zu lockern. Ich eile, um weitere Köstlichkeiten folgen zu lassen.« Er nahm die Maronen vom Feuer und fing an, sie mit einer Gabel zu zerdrücken. Als der junge Mann einmal mit finsteren Gedanken durch den sauren Regen von Eisenstadt streunte, führte er seine Geschichte fort, kam er an einer Konditorei vorbei. In eintönigem Rost und grauen Blech der Eisenstadt war dies ein seltener Anblick, ein Schaufenster, vollgestellt mit farbenfrohen Sahne und Obsttorten, Schokoladenkuchen, Zimtschnecken, kandierten Früchten, glasierten Törtchen und lackierten Plätzchen. Jedem anderen musste die Auslage dieses Geschäftes wie eine Oase in der Wüste, wie ein Traumbild eines Verhungernden vorgekommen sein, aber auf unseren jungen Mann hatte sie die gegenteilige Wirkung. Ihn ekelte vor der süßen Pracht. Eispin warf weiße Schokoladensplitter in eine Pfanne und ließ sie schmelzen. Dann gab er etwas Sahne und Eierlikör hinzu und würzte mit Zimt. Er wollte gerade weiter eilen, dann sah der junge Mann seine Angebetete im Laden. Sie kaufte dort ein und deutete mit leuchtenden Augen auf dieses und jenes in der Auslage. Sie strahlte in der Vorfreude auf den Genuss der Leckereien, die sie gerade erwarb, und unser junger Mann war vollkommen überzeugt, sie noch nie so schön gesehen zu haben wie in diesem Augenblick. Eispin nahm die weiße Soße vom Herd. Sie duftete verführerisch. Eine seltsame Wut stieg in dem jungen Mann auf, und er bemerkte mit Verblüffung, dass er eifersüchtig auf ein Stück Kuchen war, neidisch auf ein Törtchen, wütend auf eine Waffel. Ich will ihr noch viel größere Genüsse verschaffen können als dieses ordinäre Zuckerzeug da, sagte er sich. Ich will der beste Patissier, der berühmteste Konditor, der größte Meister der süßen Verführung von ganz Zermonien werden. Ich will die köstlichsten Nachspeisen und die raffiniertesten Torten zubereiten, die je ersonnen wurden. Ich will Pralines kreieren, die Herzen brechen, Fondants, um die man sich prügelt, Meringues, für die man tötet, eine zartbitter Velouge, für die sie mich abgöttisch liebt. Der Schrecksenmeister unterbrach, weil er etwas aus dem Ofen holte und auf den Tellern anrichtete. Es roch nach gebackenen Birnen und Marzipan. Ich finde, er macht das wirklich toll, wisperte die Schreckse. Wusstest du, dass er so gut erzählen kann? Ja, flüsterte Echo. Er ist ein Mann mit vielen Talenten, hauchte die Schreckse. Eispin servierte den nächsten Gang. Es war ein goldbraun gebackener Birnen-Marzipan-Strudel mit maronen Creme gedeckt, der in einem warmen Spiegel aus weißer Schokolade schwamm. Guten Appetit, wünschte Eispin mit einer Verbeugung. Das Beeindruckendste war für Echo nicht die Raffinesse der kredenzten Speisen. Daran war er ja bis zum Überdruss gewöhnt. Sondern die Tatsache, dass Eispin seine eigentliche Arbeit im Laboratorium so sträflich vernachlässigte, ja anscheinend völlig vergessen hatte. Morgen war Vollmond, die Nacht, auf die er so lange hingearbeitet hatte, und er bug Strudel, erzählte Märchen und totete mit Izanuela. Das war für Echo der beste Beweis für die Macht des Liebestrankes. Ah, machte die Schreckse, als sie den ersten Bissen nahm. Das ist ja unglaublich, das schmeckt wie, wie, wie die Liebe, vollendete Eispin mit verführerischem Augenschlag. Ja, die Liebe, fuhr er mit seiner Geschichte fort. Die Liebe war es, die unseren jungen Mann vollständig veränderte, die aus Schwermütig-Heiter, aus Sauer-Süß und aus Eisenstadt Florint werden ließ. Er begriff, dass er eine vollkommen andere Person werden musste, um das Herz dieses Mädchens zu erobern. Er verließ Eisenstadt, denn hier konnte man vielleicht lernen, wie man eine Kanone gießt, aber nicht, wie man eine perfekte Creme-Karamell anrichtet. Er ging nach Florint, wo seinerzeit die kulinarische Dekadenz in höchster Blüte stand. Der damalige Zahn von Florint hatte die Patisserie zur eigenständigen Kunstform erklärt und neun seiner Minister waren ehemalige Konditoren. Wenn man es auf diesem Gebiet zu etwas bringen wollte, war Florint das richtige Pflaster, beziehungsweise der einzig wahre Tortenbohnen. Die Schreckse lachte für Echoes Geschmack etwas zu laut über Icepins matten Scherz. Der Schrecksmeister schickte sich an, den nächsten Gang vorzubereiten. Er presste Blut, Orangen und Limetten aus und hackte eine Handvoll Mandeln. Er schwort zunächst allem Sauren ab, erzählte er weiter, und er verschrieb sich bedingungslos dem Süßen. Er wurde Mitglied der Mielisten, eines Geheimbundes, der den Honig abgöttisch verehrte und an eine Gottheit namens Gnorks glaubte, die angeblich in der Sonne wohnte und ewig lebte. Sie badeten bei Vollmond in Honig. Echo zuckte bei der Erwähnung von Gnorks Namen leicht zusammen. Icepins schenkte ihm einen verschwörerischen Blick, während er einen Pudding aufkochen ließ. Er lernte das Handwerk des Süßen von der Pike auf. Zunächst arbeitete er in einer Zuckerrübenfabrik, dann in einer Molkerei und schließlich in einer Kakaomühle. An der kulinarischen Fakultät von Florint belegte er die Fächer Melieren, Nappieren und Garnieren, und nebenher machte er eine Konditorlehre in der größten Konditorei der Stadt. Tagsüber drückte er die Schulbank und nachts verzierte er Torten. Er studierte drei Jahre avancierte Patisserie bei Maître Gargantuel, dem Dessertchef des Zahns von Florint. Gargantuel erkannte das außerordentliche Talent des jungen Mannes, machte ihn zu seinem Meisterschüler und weihte ihn in die Geheimnisse der höchsten Patisserie-Kunst ein. Eispin, Eispin räumte ab und kredenzte gleich den nächsten Gang, kalte Blutorangensuppe mit Lebkuchenpudding und Zitronellenbutter. Izanuela fiel darüber her, als hätte sie seit Tagen nichts gegessen. Für eine Geburtstagsfeier des Zahns bug er den größten Baumkuchen, der je gebacken wurde, dann eröffnete er eine eigene Konditorei, was zur Folge hatte, dass die meisten anderen Konditoreien von Florint pleite gingen, denn die Leute wollten nur noch seine Kuchen essen. Der Zahn bot ihm einen Posten als Dessertminister an, aber unser junger Mann lehnte ab, denn nun hielt er die Zeit für gekommen, nach Eisenstadt zurückzukehren, um das Herz seiner Geliebten zu erobern, mit einem Tablett seiner kühnsten Kreation. Als er sie endlich wieder sah, war sie fünfmal so dick wie vorher, verheiratet und hatte drei Kinder. Unser junger Mann warf sich in den giftigsten Fluss der Stadt und ertrank in Quecksilber. Echo und Izanuela sahen den Schrecksenmeister verdutzt an. »Das war die Geschichte?« fragte Echo. »Na ja«, sagte Icepim, »ihr wisst ja, dass alle zharmonischen Geschichten tragisch enden. Die Lehren, die man daraus ziehen kann, sind deren zwei. Erstens, warte nicht zu lange darauf, deine Geliebte zu freien. Und zweitens, zu viele Süßigkeiten machen dick.« »Ja, ja«, sagte Echo, »und jeder Gang macht schlank, eine blöde Geschichte.« »Also ich fand die Geschichte schön«, sagte die Schreckse trotzig. »Der Schluss kam zwar ein bisschen abrupt, aber sie passte ausgezeichnet zum Dessert. Also diese Zitronellenbutter ist einfach umwerfend.« Sie schlägte mit ihrer langen Zunge den Teller ab. »Ach, lass ihn ruhig, meine Blume«, sagte Icepim, »echo ist meiner Geschichten überdrüssig, und ich kann ihn gut verstehen. Bald wird er davor seine Ruhe haben. Für immer.« Echo wurde eiskalt ums Herz. Dies mochte vielleicht Izanuelas Hochzeitsmahl sein, aber es war auch seine Henkersmahlzeit. Das hatte er für einen Augenblick vergessen. Auch Izanuela war von Icepins taktloser Bemerkung betroffen. Das sah er an ihrem flatternden Blick. Sie hörte auf, den Teller abzulecken, und stellte ihn hin. Icepin warf sich Izanuela vor die Füße. »Ich zumindest will meine Lehre aus der Geschichte ziehen und dich so schnell freien wie möglich. Lass uns noch diese Woche heiraten.« Die Schrexe errötete heftig und rang nach Worten. »Wenn du meinst«, brachte sie schließlich hervor. Icepin sprang auf. »Dann lass uns weiter feiern. Ich will dir all die himmlischen Genüsse bereiten, die unser armer Konditormeister seiner Geliebten nicht bereiten konnte.« Der Schrexenmeister eilte zurück an den Herd, und in den folgenden Stunden brannte er ein Feuerwerk der Patisserie ab, als habe er selbst in Florinth bei Matré gargantuell studiert. Himbeer Millet Follions mit Champagnercreme, Renettenmousse mit Schokoladensabayant und Zimtbuchteln, Kokosparfait mit Erdbeerbeignets, Limonensorbet mit Safran, Pralinenkrapfen mit Portweinkirschen, Holunderblütenküchlein mit Pistazienschaum, Cremeux von Haselnussschokolade und Passionsfrüchten mit vergoldeten Midgardbeeren. Mit diesen Köstlichkeiten waren alle trüben Gedanken bald vergessen. Echo und die Schrexe waren so pappsatt wie noch nie in ihrem Leben. Dennoch fühlten sie sich leicht und heiter, was wohl mit der Verwendung einiger Liköre, Portweine und Obstbrände in den Desserts zusammenhing. Die Schrexe hatte einen Schluck auf und Echo war kurz davor mit dem Singen zu beginnen, als Eispin plötzlich bemerkte, »So, es ist nun spät und sicher war es ein langer, beschwerlicher Weg von Eisenstadt bis hierher. Ich will dir nun deine Schlafstadt zeigen, meine Blume.« »Eisenstadt?«, dachte Echo, aber diesmal hütete er sich, es auszusprechen. Auch die Schrexe war verwundert. »Was hat er nur da und mit Eisenstadt?«, flüsterte sie der Kratze zu, als die Eispin durch die Korridore folgten. Echo war auf der Hut. Immer wenn Eispin ihn in einen entlegenen Teil des Schlosses geführt hatte, wartete am Ende eine böse Überraschung. Auch wenn der Schrexenmeister jetzt im Bann des Liebestrankes stand, war er immer noch gefährlich und unberechenbar. »Ich habe die Geschichte soeben auch erzählt, meine Liebste.« Hupeis bin plötzlich an, weil sie eine gewisse Ähnlichkeit mit der unseren hat. »Äh, ja?«, fragte Izanuela verständnislos. »Ja, in einigen Punkten. Auch unsere Liebe begann in Eisenstadt. Auch ich lebte dort als junger Mann und wurde dann in einer anderen Stadt zu einer völlig neuständigen Person. Aber damit erschöpfen sich schon die Gemeinsamkeiten. Unsere Geschichte hat ein glückliches Ende.« Die Schrexe sah Echo fragend an und zuckte mit den Schultern. Sie hatte keine Ahnung, wovon Eispin redete. Der Meister blieb an einer großen Tür stehen. Ihr Rahmen war aus poliertem Stahl und ihre beiden Flügel aus massivem Eisen. Sie sah aus wie der Zugang zu einer Schatzkammer. »Oder zu einem Gefängnis,« ging es Echo durch den Kopf. Eispin holte einen großen Schlüssel aus dem Umgang und schloss die Tür auf. »Hier sind sie,« sagte er feierlich, »deine Gemächer. Ich hoffe, du findest alles zu deiner Bequemlichkeit vor, meine Blume.« Eispin stieß die Türflügel auf und ging hinein. Echo und Izanuela folgten ihm. Die Kratze staunte. Solch ein Zimmer gab es nirgendwo sonst im Schloss. Es war komplett aus Metall. Wände, Decke und Boden aus rostigem Eisen, Möbel aus glänzendem Stahl mit kupfernden Beschlägen, ein großes Bett aus Messing, keine Fenster. Alles hell erleuchtet von Schmerzenskerzen. An den Wänden hingen Bilder in silbernen und goldenen Rahmen, wohl von Eispin selbst gemalt. Sie zeigten düstere Ansichten von Eisenstadt, Fabrikschlote im Nebel, rostige Maschinen im Regen, Mühlsteingroße Zahnräder, die ineinander griffen. Selbst die Rosen in einer Vase waren aus Eisen. Du sollst dich fühlen wie zu Hause, sagte der Schrexenmeister lächelnd. Willkommen in deinem neuen Heim, Floria. Floria, dachte Echo, Floria von Eisenstadt. Das Grabmal seiner toten Besitzerin auf dem Friedhof vom Unkenwald stand plötzlich vor seinem inneren Auge. Floria, fragte die Schrexe verständnislos. Echo trat ihr leicht mit der Pfote auf den Fuß. Nun verstand Echo alles. Das süße Gift des Liebestranges, gepaart mit der Macht des Kratzenminzeparfüms, gaukelte Eispin vor, dass seine geliebte, Echos verstorbene Besitzerin endlich zu ihm gefunden hatte. Floria von Eisenstadt, sein Idealbild von weiblicher Schönheit, das er seit seiner Jugend in sich trug, projizierte er auf Itzanuela und erblickte in ihr die Liebe seines Lebens. Die Schrexe verstand Echos tritt richtig und stellte keine weiteren Fragen. Das ist ja herrlich, druckste sie. Der Schrexenmeister lächelte. Jetzt, jetzt kommt alles zusammen, dachte Echo. Liebe macht blind, sagte man. Aber in diesem Fall machte Liebe verrückt. Vielleicht hatte es angefangen, als Echo die Geschichte seines Frauchens erzählte, vielleicht aber auch schon viel früher. Eispins kranker Geist hatte sich endgültig verwirrt. Er hatte seine Mär mit Echos Worten erzählt, weil er sie für die Seinen hielt. Er glaubte, die Geliebte vor sich zu sehen, weil er Itzanuela mit Floria verwechselte. Wenn er in den Spiegel sah, erblickte er womöglich den jungen Mann, der er einstmals war. Die Ordnung von Zeit und Raum, Empfindung und Vernunft war in Eispins Hirn auf den Kopf gestellt. Oben ist unten und richtig ist falsch, dachte Echo. War es überhaupt die Wirkung des Trankes? Wenn ja, dann gab er Eispin wohl nur den Rest. Der Schrexenmeister hatte wohl schon vor langer Zeit begonnen, den Verstand zu verlieren. Komm jetzt, Echo, sagte Eispin. Floria braucht ihre Ruhe und wir beide, wir haben morgen einen schweren Tag. Das letzte Frühstück Als Echo am nächsten Morgen erwachte, schnürte ihm etwas die Luft ab. Er tastete mit dem Pfoten an seiner Kehle und bemerkte entsetzt, dass eine Kette um seinen Hals gelegt war. Der Schrexenmeister stand neben dem Körbchen und lächelte milde auf ihn herab. Guten Morgen, wünschte er. Heute ist unser großer Tag. Vollmond. Schrexenmond. Ich hoffe, du hast Verständnis dafür, dass ich dich an einem solch wichtigen Datum nicht mehr einfach so frei herumsträuchen lasse. Ich habe keine Lust, dich im Belüftungssystem des Schlosses suchen zu müssen, wenn ich dich am dringendsten brauche. Eispin hatte ihm im Schlaf ein Halsband aus massiven, stählernen Kettenlidern verpasst, welches für mittels einer weiteren Kette mit dem Handgelenk des Schrexenmeisters verbunden war. Jetzt stand er nicht nur unter seinem hypnotischen Bann, sondern war buchstäblich an ihn gefesselt. Wenn du nicht so an deinem Halsschmuck zerrst, sagte Eispin, schnürt er dir auch nicht die Luft ab. Ich habe großen Wert auf Tragekomfort gelegt. Er führte Echo in das metallene Gemach der Schreckse, wo ein Frühstück auf ihn wartete. Izanuela saß in ihrem Blumenkleid aufrecht im Bett, vor sich ein riesiges Tablett mit leeren Tellern. Nur noch Krübel lagen darauf. Auch die Tasse in ihrer Hand war leer. Oh, rief Eispin entzückt, das Frühstück hat dir offensichtlich geschmeckt, meine Blume. Darf ich dir sonst noch etwas Sahnekaffee holen? Die Schreckse nickte schüchtern. Es war vorzüglich, hauchte sie. Eispin kettete Echo mit einem kleinen Stahlschloss an das Messingbett, stellte ihm eine Schale Milch und einen Teller mit angebratenem Thunfisch hin, der in mundgerechte Stücke geschnitten war. Dann entschwand er. Du kannst schon wieder was essen? fragte Echo, als der Schrecksenmeister außer Hörweite war. Ich nicht. Mir liegt noch der ganze Süßkram von gestern im Magen. Die Schreckse wischte sich die Krümel aus dem Mundwinkel. Du meine Güte, sagte sie, schmecken Omelettes mit Speck vielleicht gut und Blätterteigkörnchen mit warmen Käse. Hast du schon mal Erdbeermarmelade zusammen mit Erdnussbutter auf Weißbrot gegessen? Das schmeckt himmlisch. Trüffelschinken, Räucherlachs mit Dillremoulade, Rindfleisch-Tatar auf Schwarzbrot. Ich hatte ja keine Ahnung. Ich könnte süchtig nach all dem Zeug werden. Kannst du dir vorstellen, dass ich ohne Eispin mein Leben lang nur blöden Käse gegessen hätte? Rindfleisch-Tatar, fragte Echo. Du isst bereits rohes Fleisch? Am frühen Morgen. So weit ist es schon gekommen? Na und? Die Schreckse zog eine Schnute. Du etwa nicht? Ich war auch nicht bis gestern noch überzeugte Käsarierin. Heil Käser von wegen! Was kommt als nächstes? Schwörst du dem Schrecksimismus ab? Izanuela senkte den Kopf. Ich kann doch nichts dafür, dass er so gut kocht. Er ist ein Mann mit vielen Talenten, stöhnte Echo. Ja, ja, ich weiß. Er ist immer noch der verdammte Schrecksenmeister. Dein Erzwein schon vergessen? Die Schreckse heftete den Blick auf die krümelübersäte Bettdecke. Man muss auch verzeihen können, murmelte sie leise. Echo verdrehte die Augen. Das lief so ganz und gar nicht in die Richtung, die er sich vorgestellt hatte. Izanuela verfiel dem Schrecksenmeister mehr und mehr, und ihm lief die Zeit davon. Für ihn ging es nicht nur um Wochen und Tage, sondern nur noch um Stunden und Minuten. Gibt es dir nicht zu denken, dass er dich Florian nennt und glaubst du kennst aus Eisenstadt? fragte er lauernd. Ist mir doch wurscht, wo es was er glaubt, woher ich stamme, sagte die Schreckse schnippisch. Und du meine Güte, er kann mich nennen, wie er will, solange er mich derart auf Händen trägt. Floria ist doch ein schöner Name. Floria, die Blume, passt viel besser zu mir als Izanuela. Izanuela fand ich schon immer blöd. Ab heute beginnt mein neues Leben. Warum nicht gleich mit einem neuen Namen? Echo brachte es nicht übers Herz, ihr mitzuteilen, dass Eispin sie in Wirklichkeit gar nicht liebte, sondern nur den Verstand verloren hatte. Sie hätte ihn in ihrem Liebesrausch sowieso nicht geglaubt. Und vielleicht würde er damit sogar einen Keil zwischen sich und die Schreckse treiben. Dies war eine kitzlige Situation. Izanuela war liebeskrank und Echo stand mit einem Bein im Grab. An eine normale Kommunikation war da gar nicht zu denken. Er musste jedes Wort auf die Goldwaage legen. Wir sollten jetzt langsam mal darüber nachdenken, wie wir Ispin mit deinem Wunsch konfrontieren, sagte er vorsichtig. Hä? Was für ein Wunsch? Ach, ach so, du meinst die lila Vorhänge. Ja, na, weißt du das? Das hat Zeit. Ich, nein, ich meine nicht die lila Vorhänge. Ich meine den Wunsch, mich freizulassen, mein Leben zu retten. Den Wunsch meine ich. Echos Stimme überschlug sich. Ach so, den Wunsch hatte ich beinahe vergessen. Ist aber auch kein Grund, sogleich zu schreien. Er hat mich in Kücken gelegt, zischte Echo. Er will mir heute Abend die Kehle durchschneiden und dann mein Fett auskochen. Entschuldige bitte, dass ich deswegen ein bisschen nervös bin. Nun war ihm doch noch der Kragen geplatzt. Echo versuchte, sich zu beruhigen. Ist ja schon gut, sagte Izanuela betreten. Ich bin ein bisschen durcheinander. Sowas ist mir noch nie passiert. Taumel der Gefühle. Schon gut, sagte Echo. Aber wir müssen einen kühlen Kopf bewahren. Die Zeit verrinnt. Ich weiß, sagte die Schreckse. Soll ich ihn fragen, wenn er zurückkommt? Nein, wir sollten nichts überstürzen. Hör zu, ich habe einen Plan. Ach ja? Ja. Ich denke, wir sollten ihn aufs Dach locken. Aufs Dach? Ausgerechnet? Izanuela erschauderte. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine gewisse Wirkung auf ihn hat. Eispin ist. Ich meine, er steht momentan unter großem Druck. Man müsste ihn aus seiner ungesunden Umgebung herausreißen, aus den ätzenden Dämpfen und den betäubenden Gasen, aus all der Arbeit und dem Stress, den er sich selber verordnet hat. Gute Idee. Er sieht etwas blass aus. Das Dach hat auf mich immer eine befreiende und beruhigende Wirkung. Die frische Luft, das Licht, das Panorama, es ist eine andere Welt. Man bekommt eine neue Sicht auf die Dinge. Es hilft einem dabei, die Zusammenhänge zu erkennen. Kurz, es ist heilsam. Vielleicht funktioniert das auch bei Eispin. Dort sollten wir ihn mit dem Wunsch konfrontieren. Du meinst, ich soll ihn bitten, mir das Dach zu zeigen? fragte die Schreckse. Besser nicht. Das würde vielleicht komisch klingen und er wird misstrauisch. Nein, ich mache das. Ich bitte ihn, mich noch einmal auf das Dach der Dächer zu bringen, bevor er mich... Na ja, du weißt schon. Er hat mitgekriegt, wie sehr es mir da oben gefallen hat. Und wenn ich das mache, klingt es glaubwürdiger. Gut. Und dann? Du musst einfach nur mitkommen. Wenn wir oben sind, legst du noch mal ordentlich Parfüm auf. Schon wieder? fragte die Schreckse. Ich muss haushalten mit dem kostbaren Zeug, wenn ich Eis bin auf längere Zeit. Ich zahne wieder, zischte Echo so scharf, dass die Schreckse zusammenzuckte. Es geht um mein Leben. Bitte denk mal an was anderes als dein Getortel mit dem Schrecksmeister. Entschuldigung, die Schreckse errötete. Also, ich lege das Parfüm auf und... Und dann stellst du die Frage, ergänzte Echo. So beiläufig wie möglich, nicht flehend, nicht bettelnd, so als würdest du ihn um ein Küsschen bitten. Die Schreckse kicherte wie ein Backfisch, dann zuckte sie zusammen. Der klappernde Schritt des Schrecksmeisters näherte sich, er eilte mit dem Kaffee herbei. Schon war er in der Tür. Was für ein herrlicher Tag, rief er. Die Winde sind in turbulenter Bewegung und es wird immer wärmer. Am Abend könnte es wohl ein Gewitter geben. Wie schön, sagte Echo. Ein Frühstück gemeinsam mit den beiden Personen, an denen mir am meisten liegt. Nicht, säuselte Eispin, als er der Schreckse nachschenkte. Ihr glaubt gar nicht, was das für mich bedeutet. In der Tat, dachte Echo, das glaube ich nicht. Eispin stellte die Kanne ab und richtete sich Kerzen gerade auf. Das ist heute ein besonderer Tag. In so mancher Beziehung, sagte er. Lasst ihn uns gebührend beginnen. Was würdet ihr davon halten, wenn ich euch beiden das bestgehütetste Geheimnis des Gemäuers zeige? Es wird eng. Was hat Eispin sich diesmal wieder ausgedacht? Gold. Welches Geheimnis kann er nun meinen? Fragte sich Echo immer wieder und wieder. Die schneeweiße Witwe? Das Geheimnis des Fettkellers? Aber sie gingen nicht in den Keller. Sie stiegen die Treppen hinauf in ein größeres, höheres Stockwerk. Wenn ein Mann von Ehre seine Geliebte freit, deckt er zunächst seine Vermögensverhältnisse auf, sagte Eispin, der wie immer voranschritt, während er Echo an seiner Kette mitzog und Izanuela brav folgte. Nun, das ist in meinem Fall schnell erledigt. Ich bin nur der schrecksten Meister einer kleinen, armen Stadt. Ich bekomme nicht mal ein Salär und mein kleines Erbe ist bald aufgezehrt. Sicher, mir gehört das größte Anwesen von Sledwaja, aber wer außer mir und den Ledermäusen möchte darin wohnen? Ich hauchte die Schreckse. Echo unterdrückte einen Seufzer. Eispin lächelte. Ja, sagte er, du. Und dafür werde ich dir ewig dankbar sein, aber wer sonst noch? Von Weitem sieht das Schloss vielleicht imposant aus, aber bei näherer Betrachtung würde wohl jeder potenzielle Käufer schreiend davonlaufen. Spätestens dann, wenn er von der schaurigen Geschichte des Gebäudes Kenntnis erhält. Ich bin also im Grunde ein armer Schlucker, der in einer baufälligen Ruine haust, richtig? Und wenn schon, sagte die Schreckse. Vermögen ist nicht alles. Eispin hielt in einem Raum an, in dem Echo schon dutzende Male gewesen war. Hier gab es nichts Besonderes, nur staubige Möbel. Der Schrecksmeister ging zu einer nackten Wand aus schwarzen Ziegeln und blieb davor stehen. Ein paar Augenblicke schien er sich zu sammeln oder zu versuchen, sich an etwas zu erinnern. Dann begann er auf den Steinen herumzudrücken. Mal hier, mal dort, wie ein Organist, der die Tasten seines Instrumentes quält. Es war wahnsinnig, dachte Echo. Jetzt müsste er eigentlich auch Itsunoela langsam begreifen. Eispin trat einen Schritt zurück. Es hörte sich an, als beginne eine riesige Uhr zu ticken. Es klickte und klackte. Metallne Federn spannten und entspannten sich wieder mit sirrenden Geräuschen. Die Steine der Wand setzten sich in Bewegung, fuhren knirschend herein und heraus und rückten hintereinander, um eine immer größer werdende Öffnung in Form eines Dreiecks zu schaffen. Ein uralter Mechanismus, den die rostigen Gnome hinterlassen haben, erläuterte Eispin. Er funktioniert immer noch, aber ich weiß nicht, wie. Der Schrecksmeister wusste also von der Existenz der Zwergenrasse, deren Skelette die Kratze im Gemäuer entdeckt hatte. Echo sagte dazu nichts, weil er viel zu sehr davon fasziniert war, was gerade geschah. Aus der Öffnung drang Licht, zunächst nur wenig, aber je größer sie wurde, desto heller funkelte es. Was ist das? fragte die Schrecksse ängstlich. Das ist der Eingang zu meiner Schatzkammer, meine Blume, antwortete Eispin. Oder sollte ich lieber sagen, zu unserer Schatzkammer, denn mit deiner Annahme, dass dich ein armer Schlucker freit, lagst du nicht ganz richtig. Es ehrt dich umso mehr, dass du meinem Antrag trotzdem annehmen wolltest. Meine Liebe ist dadurch ins Unermessliche gewachsen. Ich möchte dir nun meine wirklichen Vermögensverhältnisse aufdecken. Bitte folgt mir meine teuren, gönnt euren Augen etwas Schönes. Seht den größten Schatz von Sledwaja. Eispin schritt voran durch die Öffnung, welche nun die Größe einer Tür erreicht hatte, sah sachtzucker Echo mit sich. Die Schrecksse folgte zögerlich. Mit einem Mal wurden sie übergossen von goldenem Licht, das aus allen Richtungen zu kommen schien. Es war ein großer, hoher Saal, wie es einige im Schloss gab, aber dieser war einzigartig. Er bestand vollständig aus Gold. Ein goldener Fußboden, goldene Tapeten, eine goldene Decke aus wuchtigen, goldenen Steinquadern, ein riesiger, dicker Teppich aus goldenen Fäden geknüpft, ein Kerzenleuchter aus Gold mit goldenen Kerzen, ein goldener Kamin mit goldenen Kohlen auf einem goldenen Rost, goldene Bilder, in goldenen Rahmen an den Wänden, eine goldene Bibliothek mit tausenden von goldenen Büchern, eine Schränke, Sessel, Stühle, ein großer, langer Tisch aus Gold, eine goldene Pfeife lag in einem goldenen Aschenbecher, sogar die ausgeklopfte Asche und das verbrannte Streichholz waren golden, ein angebissener Apfel lag daneben, eine abgelegte Brille auf einem abgeblätterten Buch, alles aus Gold. Echo und die Schrexe waren geblendet von dieser Pracht und auch Eispin hielt die Hand über die Augen. Dutzende von Schmerzenkerzen krochen durch den Raum, standen auf den Tischen, Regalen und Schränken und verliehen ihm seinen märchenhaften Glanz. Ist es nicht das Schöhnste aller Elemente? fragte der Schrexenmeister, ohne eine Antwort zu erwarten. Nicht das Seltenste, nicht das Nützlichste, nicht das Wirkungsvollste, aber das Schönste. Echo versuchte, eine Pfote auf den Teppich zu setzen, aber seine Borsten pieksten wie Nadeln. Er zog die Pfote schnell zurück. Du hast den ganzen Raum vergoldet, fragte Izanuela. Warum? Eispin lächelte. Nicht vergoldet, das ist alles massives Gold. Der Tisch, die Regale, die Bücher, jeder Stein in der Wand, geh hin und fass es an. Die Schrexe ging zum Tisch und hob den Apfel hoch. Sie hatte Mühe damit. Du meine Güte, ist ja schwer, keuchte sie. Das ist pures Gold. Eispin schritt durch den Saal und breitete die Arme aus. Jawohl, rief er. Zentner und Tonnen davon. Hundert Männer könnten es nicht wegtragen. War das schon immer hier? fragte Echo. Hast du diesen Raum entdeckt? Der Raum und seinen geheimen Mechanismus? Ja, ich fand ein altes Pergament im Keller, das ich entschlüsseln konnte. Es verriet mir die Formel, mit der man ihn öffnet, die Sprache der Steine. Aber die Wände und Möbel, Decken und Boden, der Teppich und die Bücher, die waren damals noch aus dem Material, aus dem man solche Dinge fertigt. Aus Stein, aus Holz, Eisen, Haar, Leder, Papier. Das verstehe ich nicht, sagte die Schrexe. Sie betrachtete staunend ihr Spiegelbild in einer bauchigen, goldenen Vase. Wie konnten all diese Sachen zu Gold werden? Echo, nenn mir die höchsten Ziele der Alchemie, befahl Eispin. Der musste nicht lange nachdenken. Den Steinen weißen finden, das Perpetuum mobile bauen, Unsterblichkeit allein, Blei in Gold verwandeln. Bei letzterem nickte Eispin stolz. Du kannst tatsächlich Blei in Gold verwandeln? fragte Echo. Mehr als das, trumpfte Eispin auf. Ich kann fast alles in Gold verwandeln. Jede Substanz, die eine gewisse Festigkeit besitzt, alle Metalle natürlich, außer Quecksilber. Aber auch Holz, Stein, Staub, Wachs, wenn es fest ist, Blei natürlich auch. Du hast mir aber gesagt, dass das unmöglich ist. Ich muss das natürlich geheim halten, mein Bester. Du hast ein flinkes Mundwerk, das alle Sprachen beherrscht. Stell dir vor, es würde bekannt, dass ich Gold herstellen kann. In jeder gewünschten Menge. Dieses Schloss wäre im Belagerungszustand. Alle Söldner Zermoniens ständen vor den Toren. Jeder Verbrecher wäre hinter mir her, um das Geheimnis aus mir heraus zu foltern. Jeder größenwahnsinnige Herrscher würde seine Häscher nach mir senden. Eispin lachte freudlos. Deshalb habe ich die Kunst der Goldherstellung auf diesen geheimen Raum beschränkt. Zuerst verwandelte ich kleine Dinge in Gold. Ein Buch, einen Teller, einen Stein in der Wand. Dann immer größere. Einen Stuhl, eine Bank, einen Tisch. Bis alles aus schierem Gold war. Ich schaffe immer noch ab und zu einen Gegenstand her und verwandle ihn. Irgendwann aber ist es langweilig geworden. Und warum verrätst du uns dieses Geheimnis jetzt? fragte Echo. Eispin lächelte. Meiner künftigen Geliebten gegenüber halte ich es für eine Verpflichtung. Er zog leicht an der Kette. Und du, liebster Echo, kannst das Geheimnis nicht mehr herausposaunen. Du wirst es sehr bald mit ins Grab nehmen. Vielen Dank, dachte Echo, dass du mich daran erinnerst. Er hatte über all der Pracht fast wieder vergessen, wie ihm die Zeit davonlief. Und dabei bin ich nur durch Zufall auf die Formel gestoßen, sagte Eispin. Dich, Echo, wird es wahrscheinlich nicht überraschen, dass ich die Lösung für eines der größten Geheimnisse der Alchemie im kleinsten fand. In einem vertrockneten Laubblatt aus dem kleinen Wald. So groß wie ein Staubkorn. Man muss nur ein paar Moleküle vertauschen, aber man muss auch wissen, welche das sind. Und wie man Moleküle tauscht, das ist eine Kunst für sich. Dann bist du also ein sehr reicher Mann, sagte Echo. Du schaffst es immer wieder, mich zu überraschen. Man kann durchaus sagen, dass es mir eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit verschafft, grinste Eispin. Aber eins dürft ihr glauben. All dieses Gold bedeutet mir nichts im Vergleich zu dem, was ich heute Abend zu vollenden gedenke. Könnte ich das ganze Gold und die Formel dazu für die Gewissheit eintauschen, dass es gelingt? Ich würde es auf der Stelle tun. Denn was bedeutet Reichtum gegen die Unsterblichkeit? Was habe ich von all dem Plunder, wenn ich trotzdem sterben muss? Und das führt uns zu dem Grund, warum du hier bist, Echo. Was meinst du? Fragte die Kratze. Ich habe dein kleines Köpfchen hübsch angefüllt mit meinem alchemistischen Wissen, sagte Eispin. Aber diese letzte Information, die Formel zum Gold machen, habe ich bis zum Schluss zurückbehalten. Sie darf natürlich nicht in deinem Gehirn fehlen, wenn es ausgekocht wird. Eispin holte ein Pergament aus seinem Umhang und hielt das Echo hin. Es war mit alchemistischen Zeichen bedeckt. »Würdest du dir das bitte einprägen?« fragte der Schrecksmeister. »Ha«, machte Echo und studierte das Papier. Es hatte mit Kohäsionskräften und mit Adhäsionskräften zu tun, mit Chlorophyllatomen, Friedhofsgas, Leim, Fledermausblut, Ledermausblut, fünffache Rektifizierung. Echo verstand nicht das Geringste von den Formeln, die er sich einprägte, aber als er das Papier zu Ende gelesen hatte, wusste er, wie man Gold macht. »Alles klar«, sagte er, ihm schwirrte der Kopf. Eispin nahm das Pergament und zerriss es in winzige Schnipsel. »Er muss sich meines Ablebens ja ziemlich sicher sein«, dachte Echo, »wenn er mir ein solches Geheimnis anvertraut und danach die Formel vernichtet.« Nun war der Augenblick gekommen. Echo räusperte sich. »Aber nun hätte ich eine Bitte, Meister.« Eispin richtete sich auf, die da wäre. »Ich möchte noch einmal auf das Dach der Dächer. Zum allerletzten Mal.« Eispin entspannte sich. »Wenn es nur das ist«, sagte er, »das ist doch selbstverständlich. Und dir, meine Blute, meine, Verzeihung. Und dir, meine Blume, wollte ich sowieso den einzigartigen Ausblick von dort oben zeigen. Er ist atemberaubend.« »Verheihung« Musik